Wir machen heute weiter mit unserem Hadith Sohbet und da werde ich noch mal gleich loslegen. So heißt es im Koran, Und jetzt sehen wir gleich, wie das zu verstehen ist mit den Spenden. Anas Radoan berichtete, dass Abu Talha Radoan der Reicheste unter den Ansar in Medina war, was an Landbesitz und Dattelgernen angeht. Seinen Garten Bayraha, der direkt gegenüber der Moschee des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam lag, mochte am liebsten und all seinen Besitz. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam pflegte seinen Garten zu besuchen und dessen süßen Wasser zu trinken. Als der Koranvers, Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte jedoch, Nun, dies ist ein sehr ertragreicher Besitz. Dies ist ein sehr ertragreicher Besitz. Ich habe gehört, was du gesagt hast und ich meine, du solltest ihn unter deinen Verwandten aufteilen. Abu Talha Radoan sagte, ich werde es tun, O Gesandter Allahs. Und erteilte jenen gewaltigen Palmengarten unter seinen Verwandten und den Nachkommen seines Onkels väterlicherseits auf. Was uns hier verdeutlicht werden soll, ist, man sieht gleich, wie die Gefährten, die Sahabe des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam es verstanden haben, wenn Koranvers offenbart wurden. Die Person, jetzt hat Abu Talha Radoan, hat es einfach für sich gesehen, ich liebe diesen Garten. Allah Sopalala sagt, solange ihr die Dinge liebt und er hat es verstanden, es betrifft auf mich. Er hat den größten Garten dort gehabt, er war der reicherste und gerade für die Reichen ist es manchmal problematischer, wie gegenüber, die wohl nicht viel haben, sich von etwas zu trennen. Wir haben alle schon mal kennengelernt, dass ein Armer gerne gibt, während ein Reicher sehr geizig ist, also Wohlhabender. Und hier sehen wir, wie die Sahaba es verstanden haben, wenn Offenbarung kam und wie sie sich selbst mit einbezogen. Wir hören heute auch viel, wir werden auch aufgefordert zu spenden und das, aber es geht da rein, da raus oder es geht an uns vorbei. Wir nehmen das gar nicht so richtig wahr. Wir hören spenden, wir hören jenes oder welche. Seid gut zueinander, betrügt nicht all diese Sachen, aber wir denken wohl immer, es betrifft die anderen, es betrifft nur nicht uns. Und daran liegt eben ein Fehler. Der Koran wurde nicht für deine Nächsten offenbart, er wurde für uns allen offenbart, nämlich auch für dich. Also betrifft auch dieser Vers allen. Und es geht natürlich immer im Verhältnis darum, wie einer seine Liebe zu Allah aufbauen möchte. Er hätte von sich aus einen Teil seines Gattens geben können, oder vielleicht nur einen ganz kleinen Teil. Aber er gab ihnen alles und ganz, weil Abu Talha, Radoan, seine Liebe zu Allah um alles steigern wollte. Er wollte ein Angesehener sein, den Allah bei dem Malaika erwähnt. Und ist das uns heute wichtig? Wollen wir heute bei dem Malaika erwähnt werden? Uns ist doch heute nur wichtig, viele Likes zu bekommen, gute Kommentare zu erhalten. Und wenn es mal negative Kommentare sind, dann blocken wir ihn oder löschen seinen Kommentar, wie auch immer. Wir wollen nur von der besten Seite gesehen werden und bemühen uns darum, deshalb machen wir die besten Bilder in Instagram oder auch in TikTok rein, um einfach von den Leuten Anerkennung zu finden. Aber diese Art von Anerkennung bringt uns eigentlich nichts in Bezug aufs Jenseits. Wir mögen bei den Menschen Anerkennung haben und sie mögen vielleicht, was weiß ich, applaudieren, was auch immer. Aber wir haben nichts davon, es ist nur weltlich. Sie machen mich dadurch nicht reich oder sonstiges. Ich bin vielleicht jetzt in TikTok oder Instagram angesehen, aber zu Hause oder im Umfeld der Stadt, in der ich lebe, sieht man das nicht so. Da bin ich vielleicht nicht so angesehen. Nur in der virtuellen Welt, im Internet. Und wir müssen wieder zurückfinden zu dem, wenn Al-Azopal etwas offenbart, dass wir uns auch persönlich selber angesprochen fühlen. Nicht meines betrifft ein anderer. Sehr oft habe ich selbst auch schon erlebt, wenn zu etwas aufgerufen wird, ob es Spenden sind, ob es Helfen sind, gute Taten oder was auch immer. Die Leute fühlen sich nicht angesprochen, sie machen immer, der andere wird es schon machen. Der andere wird es schon richten, der andere wird es schon machen. Immer diese Devise. Und dann hält man sich raus. Und dann kommt natürlich sehr wenig zusammen oder vielleicht manchmal kommt gar nichts zusammen, geht nichts, weil jeder so denkt. Das ist die falsche Denkweise, die heute sich wohl ein bisschen eingenistert hat in den Köpfen. Was all diese Dinge zum Schaden der Umma von Mohammed, Sallallahu alaihi wa sallam führen wird. Diese Einstellung schadet unsere Umma, die Umma von Mohammed, Sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb ist es wichtig, wenn ich Koranverse lese, dass ich auch mal gleich sage, oder Hadise, das Gleiche. Was kann ich daran ändern? Oder was kann ich davon bringen? Welchen Nutzen habe ich? Was kann ich der Umma von Mohammed oder der Allgemeine, der Mensch hat an sich einen Nutzen geben davon? Denn auch nicht nur Muslime haben voneinander Nutzen, auch Nicht-Muslime können genauso von einem Moslem Nutzen haben. Das gute Auftreten, auch das Spenden. Man muss halt einem Moslem nur einen Moslem spenden. Er kann auch einen Nicht-Moslem spenden. Natürlich muss er aufpassen, wenn man es dann auf der Straße etwas gibt, dass der nicht in den nächsten Aldi reingeht und eine Schnapsflasche kauft. Dann war die Spende natürlich nicht gut. Aber das Gute sollen wir suchen. Und der Koran gibt uns hier immer wieder Ratschläge, wie wir zu diesem Guten kommen. Du bist dann ein richtiger Gläubiger, ein richtiger Frommer, wenn du von denen gibst, was du wirklich liebst. Und wir haben alle Dinge, die wir sehr lieben und von denen es uns schwer fällt zu trennen. Zum Beispiel heute die ganzen Handys, gerade die, wo sie diese teuren iPhones leisten. Immer alle Jahr kommt ein neues iPhone raus. Und es gibt wirklich genug Menschen, die alle Jahr ein neues iPhone kaufen und dann das vorige Modell dann verhökern und davon mit diesem Geld teilweise das neue kaufen. Ihnen wird das schwer fallen, nachdem sie noch so lange fiebern und hoffen, ihr iPhone 13 zum Beispiel zu spenden oder wirklich einem Bedürftigen zu gehen, was auch immer, der es vielleicht nötig hat. Aber wir sind gefesselt an das Materielle. Und das liegt natürlich daran, dass wir uns Allah sehr wenig hingeben. Wir können uns ja immer nur eine Richtung zuwenden. Wenn ich mich jetzt hier zuwende, sehe ich nicht, was rechts oder links oder hinter mir ist. Ich muss mich drehen. Ich muss schauen. Dann weiß ich, was gerade da ist. Aber wenn ich da schaue, sehe ich nicht, was da läuft. Und so ist unsere Hingabe zu Allah das Gleiche. Wenn wir uns der Welt zuwenden, dann wende ich mich von Allah ab. Wende ich mich Allah zu, wende ich mich von der Dünya ab. Und daran liegt dann der Mangel, den wir haben. Wir wenden uns heute voll der Dünya zu. Und damit wollen wir alles, was diese Dünya zu bieten hat, wollen wir haben. Wollen wir Besitz davon haben. Wollen wir teilhaben. Und wir lieben uns in dieser Dünya, in dieser Welt. und vergessen aber Allah. Wir vergessen, dass wir sterben. Wir vergessen, dass wir nicht ewiglich sind. Wir vergessen, morgen kann schon der jüngste Tag theoretisch kommen. All diese Dinge werden weggedrückt. Sie kommen vielleicht erst dann wieder, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und sagt, oh hoppla, jetzt bin ich schon 65, jetzt bin ich schon 70. Nach der Tod lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten. Dann vielleicht kommt die Besinnung wieder. Aber davor verdrängt man alles. Man möchte dann von dieser Dünya den Genuss haben. Man möchte leben. Diese Zeit wurde vom Propheten vorangekündigt. Sie ist eingetroffen. Sie wird noch schlimmer werden. Aber wir haben sie schon. Retten kann sich natürlich jeder selber. Allah Subhanah hatte uns nicht dazu verurteilt, dass wir, nur weil eine Situation kommen wird, der Verdorbheit, dass wir dazugehören. Nein, ich kann was tun. Ich selber. Indem ich mich davor bewahre. Indem ich die Koranverse ernst nehme. Indem ich die Sunnah des Propheten ernst nehme. Indem ich das umsetze, was der Islam gebietet. Dadurch rette ich mich von diesem schlechten Getümmel, das zur Zeit hier auf dieser Welt ist, wo ein jeder macht, was er will und sich Gott nicht verpflichtet fühlt. Das ist unsere Aufgabe und hier an Tal Haradu'an haben wir gesehen. Er hat den Koranvers gehört. Er hat nicht lange gezögert. Noch in der Zeit, wo er offenbart wurde, ging er zum Propheten und hat gesagt, hier nimm einen Garten. Und der Propheten in seiner Weisheit hat gewusst, wenn er zu Zadaka hier geht, dann wird er aufgeteilt, hat jeder vielleicht einen kleinen Happen. Aber es ist ja auch wichtig, dass der einzelne Moslem unabhängig ist. Dass es jetzt was kommt. Und darum gab er den Ratschlag, teil dein Vermögen unter deinen Verwandten auf. Denn du bist fast reich, aber deine Verwandten sind arm. Wenn du von Reichtum mit deinen Verwandten teilst, dann hat jeder was davon, dass er damit sein Geld verdienen kann, was für Pflanzen die gehabt haben zu verkaufen. Und damit sind sie dann selbstständig. Und das sind sehen wir die großen weißen Ratschlüsse, die uns der Propheten Mohammed zu dem gibt, dass wenn wir spenden, natürlich auch nicht unsere Familie vergessen dürfen. Wenn ich Verwandte habe, denen es wirklich sehr schlecht geht, dann soll ich auch die unterstützen. Und nicht was am Freitagsgebet immer Geld in der Moschee lassen, aber mein Verwandten, der kann sich kaum was zum Essen kaufen, der rennt nur um eine Tafel mit abgelaufenem Essen. Und das interessiert mich nicht. In erster Linie muss ich mich auch um meine Verwandten, um meinen näheren Umkreis kümmern. Denn erstmal helfe ich meine Stadt, bevor ich einer anderen Stadt helfe. Es bringt nichts, wenn ich einer anderen Stadt helfe, meine Stadt kaputt geht und ich in dieser Stadt selber kaputt gehe. Dann haben wir nichts davon. Also ist es wichtig, dass man sein Umfeld aufbauen hilft, dass sie dann miteinander zusammen stark sein können und dann andere aufbauen können. Weil es bringt nichts, wenn ich da mein ganzes Vermögen irgendwo hingebe, die das verhökern und dann habe ich nichts davon. Mein Umkreis hat nichts davon und die, die es bekommen haben, haben es auch verhökert, wieder ist nichts davon. Man muss also, man sollte gut umgehen. Der Garten war ja nicht klein, er war sehr groß, den er gespendet hat und das ist ein wirtschaftlicher Faktor und den hat der Prophet Sallam richtig zu nutzen gewusst, indem er den Ratschlag gegeben hat, teile dieses Grundstück unter deinen Verwandten auf und Abu Talha, Abu Talha hat das gemacht und hat den Segen von Al-Sobhanalay, Inshallah, herzlich willkommen. So, ich danke dann für das Zuhören und Inshallah, werden wir ein andermal weitermachen. Assalamualaikum.